Hallo Nachbarn, ich bin's Klaus, der Stubehocker und ich hab ein Video zugeschickt bekommen, wieder so ein Graffiti-Porno-Video, nee, hab ich gar nicht, doch, ich hab eins zugeschickt bekommen, Mann, das gucken wir jetzt aber nicht an, aus Düsseldorf, das werden wir auch noch angucken, danke dir nochmal. Nee, bei Social Media kam mir eins aufgeploppt hier in meiner Blase und da hier geht's um Athen und Whole Cars, hab ich noch nicht angeguckt, hab ich Bock jetzt anzugucken und dann dachte ich, komm, eine Handwisch, die andere, lass ich euch gleich mitgucken. Okay, da geht's um eine Crew, ach, darf man ja nicht alles erzählen, ne, hier wieder, sonst hören die 12.000 Geheimdienste ja wieder mit, also, ich sag mal so, die Crew kommt nicht aus Athen, aber das Video kommt aus Athen. Okay, und jetzt hier, ab geht's, hier ist es das gute Video, wie heißt's denn, wie heißt's denn, nochmal zurück, g'sicht, es heißt, NC, NC Formula presents Whole Car Madness, Athen, vielleicht sind's auch mehr Crews, keiner weiß es, wir gucken's uns jetzt mal ganz entspannt an, los geht's, Heads of Mance, ha, vielleicht soll ich mal, ah, 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 uwo wo wo, Alter, so fängt's halt schon an hier, direkt wie, so, ein zusammengeschnittener Porno, Alter, und was seh'n wir da, sehen wir, erkenn'n wir da irgendwas? Ich nett. Wie redet jemand englisch, ha, Das ist ja mitten am Tag Alter, guckt euch das an Mitten am Tag Auf dem Catwalk Direkt mit den Rosa Farben und den weißen Schuhen Was für ein Leben Alter Was für ein Leben Weiße Schuhe auf dem Catwalk Und sprühen rosa Alter, was ist denn das hier Was ist denn das Bitte nicht Und wer bist du denn Jesus Lips 84 Stace Aha Elere 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 Kamizu Aha So Jetzt haben wir vorhin gesehen Da waren schon Bilder drauf Da waren schon Bilder drauf Und jetzt zimmern die einfach nochmal Ein Holkar drüber Junger Vater Guck mal Da waren ja schon Bilder drauf Guck mal Da waren ja schon Das heißt auf jedem Du findest gar keinen leeren Platz mehr Du musst über ein anderes Graffiti drüber Weil das System ist gesprengt Behaupte ich jetzt mal Keine Ahnung wie es in Athena ist Guten Morgen Ach nee Ist das am Bahnhof oder was Wie jetzt Wie jetzt Wie Da fahren jetzt die Bilder rein Da malen die jetzt nicht Oder am Am Bahnsteig Oder malt der jetzt Der malt hier am Bahnsteig Ne Malt er jetzt hier am Bahnsteig Neben den Leuten Ich Ich überlebe es nimmer Leute Ich überlebe es nimmer Hilfe Hilfe Die Typen Malen hier ein Holkar Über andere Bilder drüber Und sie stehen am Bahnsteig Von der US Bahnstation Ich kann nimmer Guckt euch das an Da fahren Leute hoch Puh Das ist ja so Performance Live Performance An einem fetten Bahnhof Wo die alle gucken Boah Das ist Babum Da hast du richtig Babum An der Halsschlagader Und jetzt Sind sie silbernd drüber Ich kann nimmer sagen Da kommt das nächste schon Oder ist es gleichzeitig Oder Was ist denn hier los Also das ist noch der Bahnsteig Okay Da machen sie jetzt Da machen sie jetzt Ein Hole Train Und links ist irgendwie Andere Situation So die Typen Die denken sich auch Scheiß Tourists go to hell Denken die sich Da die Tourist Denken Denken die Und der Die gucken einfach zu Boah 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 Okay Aber das ist woanders Das ist jetzt da Bei der Security Und die Frau Die die auch zuguckt Hey Lade Es ist normal That they do stuff like this It's normal That they do stuff like this Es ist normal That they do stuff like this Ah Kam mich zu Wie geht's Alter Ah okay Das ist jetzt in Germany Okay Aha Jetzt kommt er hier Der Kollege Sagt guten Morgen Ich muss mal hier Ich muss mal hier Bescheid geben Da wurde wieder Farbe aufgetragen Lacht er sich kaputt Lacht er sich kaputt Wie der Stacheldraht Durchknipst wird Wie Fingernägel Am Sonntagmorgen Ach was Jetzt gehen sie wieder An den gleichen Oder was Das ist doch dieselbe Stelle Nur bei Nacht Was passiert jetzt One Up steht da vorne noch drauf Was passiert jetzt Violine spricht every melody Oh man Mit einer Violine kannst du jede Melodie spielen Bin ich 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 Ja gute Morgen Ja gute Morgen Ja gute Morgen Da ist der Yardwächter Ja hier Ey Ey Das macht mich fertig Dieses Video macht mich fertig Danach kommt nichts mehr Die haben's Die haben's Die haben das Spiel Durchgespielt Das kriminelle Whole Car Spiel Haben die durchgespielt Hier nochmal einer Es geht denn ab Aber Das sagt sie hier Guck mal Das an Wo was sind die Security Leute überhaupt da Kamera Was Be careful Please Please Ey Aber geiles Modell Schon schön Schönes Modell Wie jetzt das Licht da drauf geht Lecker Schmacko Fazzi Was sagt er Be careful Please Was sagt er Be careful Please You speak English They have Okay They have Be careful Be careful Please Thank you Be careful Sorry for making up I know it's a talk Look there One One Guy Was One Guy Is 20 Years Old Okay I know it's a talk Ah Hier oben nochmal auf dem Dach Spaziert Ey die machen mich fertig Ra Ra Okay I know It's a talk I know Schön mit die kurze Hose Beim Sport One Up Crew Hey Kann immer Geil Geil auch Dass die Also das ist ja geputzt Aber du kannst immer noch erkennen Das passt genau Die Augen Passen genau In die Buchstaben Die geputzten Augen Eigentlich voll süß Oder Das sind ja noch die alten Bilder Ich würde auch mal gerne da in Urlaub gehen Mir das anschauen Da ist der Violinen Holker Boah Guck mal Wie 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 Groß All Guck mal Von dem R Das Auge 2m 20 Und es unten 3m Und die Kante noch Weißt du Du könntest ja hoch machen Komplett Wäre einfach Aber du machst es halt Noch die feine Kante Noch Darum geht es Noch dieses Special Effekt Aha Ist jetzt Fahren sie da vorbei Okay An der Station Wo Wo das ist Also An dieser Abstellung Yard Nennen wir es doch mal Yard Oder Layup Oder was auch immer Alles voll Ach das ist Der nach der Aktion Wenn sie da vorbeifahren Brutal Ihren Holker Brutal Und alles voll Die kleinen Lindwürmer Nochmal was rausgewurschtet Ey Ah war Hier nochmal Ah was heißt das Ja aber Athen sieht schön aus Das behaupte ich mal Ist das Athen Oder Das sieht echt schön aus Hier könnt jetzt noch Dieser eine Typ da Wie heißt der noch MSK Typ da runter Znaschen Schön sieht es aus Jetzt schon wieder nächste Aktion Auf nächste Aktion Auf nächste Aktion Schnelle Musikkarte Cuts Und kurze Hosen Kann jetzt nochmal was steigern Das ist jetzt die Frage Kann sich das jetzt noch steigern Dieses Video Oder bleibt es auf diesem Niveau Jetzt Lass uns überraschen Die Sirenen Sind Nicht echt Okay Es kann sich natürlich nicht mehr steigern Wie denn auch Die Musik kann nicht mehr schneller werden Die Aktion kann nicht mehr härter werden Die Hosen können nicht mehr kurzer werden Okay Auch schön Bei dem A Wieder auch schön Die Augen Die gebafften Augen Auch schön Ah und hier das Fenster Auch schön Das ist halt Ja Was soll ich sagen Ich weiß nicht Ob es gewollt ist Die haben so oder so Ganz schön Viele Fensterchen hier Schön Kifis Ja Ich denke jetzt mal Das ist die U-Bahn Von Athen Können sie mal reinschreiben Sieht doch aus Wie eine U-Bahn Oder so klein Und gedrungen Und kompakt Oder ist es die S-Bahn Ich behaupte jetzt mal U-Bahn Ohne Keine Ahnung Hab ich Okay Jetzt gehen sie in den Untergrund Nachdem sie am Tag draußen waren Geht sie in den Untergrund Das macht Sinn Auch schöne Atmosphäre Bissle so New York mäßig Die silberne Zug Wie er so rein Spechtet Regentropfen Ja aber So eine Szene Kennen wir zu 100 Das könnte jetzt alles sein Das könnte jetzt Das könnte jetzt überall sein Und könnte jeder Also ausgewechselte Protagonisten sein Hier Vermummt mit Dosen in der Hand Auf dem Weg zum Zug Kennen wir alle schon Okay Kameras Aber das Modell Geh Ist schon geil Silbern Mit Riffeln Und nicht so hoch Hm Das ging aber schnell Wie der da angefangen hat Die sind noch nicht mal Fertig gelaufen Und der erste Hat schon drauf Gezeichnet Guck mal Die laufen hoch Die laufen hoch Ah der erste Ist da vorne Okay Die Kamera Ist auf den Der ruft noch mal An Und bestellt Eine Pizza Ah der erste Ist schon dran Okay Steh Okay Der hat gerade Die Dosen rausgeholt Und er hat schon Sein Hat er schon Einen Strich Gemacht Das ist der erste Strich Oder Aha Aha Strich Gemacht Damit die da Blau machen können Und die davon Daneben Rot machen können Okay Was haben wir bei dem Anderen Video gelernt Es ist nur ein Holker Wenn es Aufs Dach Hoch geht Ne Aha Auch schön Das passt richtig Guck mal Dieses Geländer Und dann in das Auge rein Das ist ja Zufall Aber das sieht witzig aus Okay Blau Rot Kommt noch was Ah ja Bissle Bissle Weiß Und Gelb Geht kein Gelb Rosa Okay Okay Das ist der Sound Von dem Original Sound Von dem Tunnel Gemischt mit der Musik So behaupte ich jetzt mal Also du hörst Den Lärm Was die auch machen Und wie das in dem Tunnel So ein bisschen So Shepard Jetzt Das war's Das war's Haha Das war's Okay Wildes Komisches Ende Aber Vielleicht gibt's ja auch Mehrere Teile Keine Ahnung Es war zu Ende Hm Okay Ja der Anfang war brutal Das Ende war Nicht so brutal Aber Hey Die Messlatte Schon wieder ganz Übel hoch gemacht Ganz übel hoch gemacht Was können denn jetzt Was können denn jetzt So Bomber Kids denn jetzt Noch machen Um das zu toppen Schreibt's mal rein In die Kommentare Ich bin raus Mein Name war Klaus Bäm Ich bin Mario Schreibt's mal rein Ich bin Ich bin